Hallo liebe Freizeitpark- und Achterbahnfans. Heute soll es mal um die Hidden Marks im Europapark gehen und damit meine ich nicht Michael Mack, der sich im Park versteckt. Der Europapark besticht vor allem durch seine Detailverliebtheit in den Attraktionen und den einzelnen Themenbereichen. Aber ist euch auch schon mal aufgefallen, dass ich unter anderem der Name Mack immer mal wieder im Theeming versteckt? Hier mal einige Beispiele. Beginnen wir doch einmal ganz vorne im Park. Dort befindet sich seit etlichen Jahren der Heinrich Mack Verkaufswagen. Wenn man einige Gullideckel im Park betrachtet, so fällt auch hier auf, dass der Name Mack in einige gegossen wurde. Ein geläufigeres Beispiel dürfte demnach auch die Franz Mack Statue sein, die sich im deutschen Themenbereich im Schlossgarten befindet. Auch die kleine Boutique am Ende der deutschen Allee nennt sich Mack's Wachenhaus, ebenfalls eine Anspielung auf die Betreiberfamilie. Und direkt nebenan befindet sich die Mack Bank, welche Ende 2016 als Preview-Sender für die neuen Attraktionen des Europaparks fungiert. Wir bleiben noch ein wenig im deutschen Themenbereich und widmen uns nun dem Voletarium. Beim genaueren Betrachten der Fassade fällt einem auf, dass dort in die Fenster die Initialen von Thomas Mack, Jürgen Mack, auch Roland und Michael Mack eingefügt sind. Insgesamt befinden sich in dem Bereich um das Voletarium immer wieder kleine Anspielungen zur Familie Mack. Und ja, selbst weil das Wurstbude ist eine Anspielung auf Rolands Onkel. Wir gehen weiter in den französischen Themenbereich und dort fällt sofort der neue Flammenkuchenstand, der seit dieser Saison eröffnet hat, auf. Ergibt man sich hinter das Wasserrad, so sieht man eine Inschrift, auf der übersetzt steht, die Mühle der Gebrüder Mack konstruiert im Jahr 1780. Eine Anspielung auf das Gründungsdatum von Mack Rides. Der Name des kleinen Kaffees am Rande der Eurostat Chez-Marie-Anne kommt auch nicht von ungefähr, sondern ist eine Anspielung auf die Ehefrau von Roland Mack. Und auch auf den Wandgemälden im französischen Themenbereich findet man den Namen Mack, bzw. eine Anspielung auf einen fiktiven Mack-Media-Film wieder. Jetzt machen wir uns auf den Weg in den Themenbereich Irland und finden dort den O. Mackays Pub. Und auch das grüne Schiff im irischen Themenbereich mit dem Namen Paul lässt auf den Gründervater der Firma Mack Rides und auch auf den Zonen von Michael Mack zurückschließen. Natürlich will ich jetzt nicht jeden Themenbereich so abklappern, deswegen folgen noch ein paar lose Beispiele. Äh, ja, ihr seht richtig. Das soll Roland Mack darstellen, der in der Shooting Gallery neben Wodan Zeitung liest. Zu guter Letzt möchte ich noch auf das Forum epfans.ch hinweisen, aus welchem ich die Inspiration für dieses Video geholt habe. Vielen Dank dafür. Bis dahin, bleibt dran. Tschau.